Moin und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass jemand aus Grindervig mir erlaubt hat, ein Audio-File abspielen zu dürfen, welches das Erdbeben nachts um 1.35 Uhr mit einer Magnitude von 4.3 in 4,1 Kilometern Tiefe am 9. November und die Geräusche, die es in einem Haus in Grindervig auslöst, zeigt bzw. hören lässt. Ich möchte mich bedanken, dass ich das Audio hier zeigen darf. Danke nach Grindervig. Hören wir doch mal rein. Also ich finde das recht heftig. Und wenn man sich die Häufigkeit der Beben mit Magnitude 4 anschaut, dann stelle ich mir so eine Soundkulisse sehr belastend vor. Wir reden immer über die Eruptionen und wie schön diese sind. Gerade die letzten auf Island. Aber so etwas gehört eben auch dazu. Und das macht was mit mir. Diese Urgewalten sind so beeindruckend. Ich denke, eine gehörige Portion Respekt ist sicherlich angebracht. Okay, das dann nochmal als kleine Ergänzung. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe dir das Video gefallen. Lass doch ein Abo auf YouTube da. Nicht ärgern lassen, habt noch eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.